UN-Resolutions-Entwurf für sofortiges Ende der RAFA-Offensive UN-Resolutions-Entwurf fordert sofortiges Ende der RAFA-Offensive Die internationale Gemeinschaft steht derzeit vor einer ernsten Herausforderung, die Eskalation der Gewalt in der Region RAFA, die mittlerweile auch das Interesse der Vereinten Nationen-UN geweckt hat. Ein aktueller UN-Resolutions-Entwurf, der zur sofortigen Beendigung der militärischen Offensive in RAFA aufruft, hat weltweit politische und menschliche Reaktionen hervorgerufen. Hintergrund der RAFA-Offensive Die jüngste Eskalation in RAFA begann vor etwa zwei Monaten, als Konflikte zwischen bewaffneten Gruppen und der israelischen Armee in einem intensiven Gefecht endeten. Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind verheerend. Zahlreiche Wohngebäude wurden zerstört, viele Familien wurden vertrieben und es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Die Stadt RAFA im Süden des Gazastreifens hat eine historische Bedeutung und ein prekäres humanitäres Gleichgewicht, das durch die anhaltende Gewalt weiter destabilisiert wird. Die Rolle der Vereinten Nationen inmitten wachsender internationaler Besorgnis hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf ausgearbeitet, der eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen fordert. Der Entwurf nimmt ausdrücklich Bezug auf die Notwendigkeit, humanitäre Hilfe zu leisten und sichere Korridore für Zivilisten zu schaffen. Zudem wird darin die Bedeutung einer friedlichen Lösung des Konflikts durch diplomatische Mittel betont. Details des Resolutionsentwurfs Der UN-Resolutionsentwurf fordert nicht nur die sofortige Beendigung der militärischen Offensive, sondern auch die Einleitung von Friedensgesprächen zwischen den beteiligten Parteien. Zu den wichtigsten Punkten gehören sofortige Einstellungen aller militärischen Offensiven und Rückzug der Truppen zu den Positionen vor der Eskalation, dringende Bereitstellung humanitärer Hilfsgüter und medizinischer Versorgung für die betroffenen Zivilisten. Einrichtung sicherer Korridore, um den sicheren Abzug von Nichtkombatanten zu gewährleisten. Einberufung eines runden Tisches für direkte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien unter Vermittlung internationaler Akteure. Reaktionen der internationalen Gemeinschaft Der Resolutionsentwurf hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während viele Länder den Entwurf unterstützen und die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe betonen, gibt es auch Bedenken hinsichtlich seiner Umsetzung und der Langzeitwirkung. Insbesondere Israel hat vorerst Vorbehalte gegen den Entwurf geäußert und Zweifel an der Praktikabilität der Vorschläge geäußert, während Palästina die Initiative begrüßt. Jedoch auf schnellere Maßnahmen drängt. Die humanitäre Krise Laut Berichten der UN und verschiedener NGOs hat die anhaltende Gewalt zu einer dramatischen Verschlechterung der humanitären Lage in Rafah geführt. Viele Menschen leben in provisorischen Unterkünften ohne Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser, Strom und medizinischer Versorgung. Die UN-Flüchtlingsbehörde hat darauf hingewiesen, dass über 100.000 Menschen dringend humanitäre Hilfe benötigen. Die humanitäre Krise wird durch den Mangel an medizinischen Ressourcen weiter verschärft. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sind überfüllt und es mangelt an Medikamenten und Ausrüstung, um die vielen Verletzten angemessen zu versorgen. Internationale Hilfsorganisationen haben begonnen, Notfallmaßnahmen zu ergreifen, aber der Zugang zu den betroffenen Gebieten ist aufgrund der anhaltenden Kämpfe eingeschränkt. Politische Konsequenzen Die Eskalation in Rafah und die internationale Reaktion darauf könnten weitreichende politische Konsequenzen haben. Für Israel könnten anhaltende Gewalt und internationaler Druck politische Nachteile mit sich bringen. Die israelische Regierung steht vor dem Dilemma, ihre Sicherheitsinteressen zu wahren, während sie gleichzeitig internationalen Forderungen nach Deeskalation und humanitären Maßnahmen nachkommen muss. Für Palästina könnte der UN-Resolutionsentwurf eine Chance sein, internationalen Druck zu nutzen, um auf eine nachhaltige Lösung des Konflikts hinzuarbeiten. Allerdings könnten interne politische Spannungen innerhalb der palästinensischen Gebiete die Verhandlungen weiter erschweren. Zukunftsperspektiven Die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie die betroffenen Parteien und die internationale Gemeinschaft auf den UN-Resolutionsentwurf reagieren. Eine positive Entwicklung könnte den Weg für eine nachhaltige Lösung des Konflikts ebnen und das Leid der Zivilbevölkerung lindern. Negative Entwicklungen hingegen könnten zu weiterer Instabilität und einer Verschärfung der humanitären Krise führen. Die Vereinten Nationen haben klargemacht, dass sie weiterhin diplomatische Bemühungen unterstützen werden, um eine friedliche Lösung für RAFA zu finden. Gleichzeitig drängt die UN darauf, dass alle beteiligten Parteien ihrer Verantwortung nachkommen und das humanitäre Völkerrecht respektieren. Schlusswort. Die internationale Gemeinschaft steht vor einer schwierigen Aufgabe, die Eskalation der Gewalt in RAFA zu stoppen und gleichzeitig eine Grundlage für nachhaltigen Frieden zu schaffen. Der UN-Resolutionsentwurf ist ein Schritt in diese Richtung, aber seine Umsetzung wird von der Kooperation und dem guten Willen aller beteiligten Parteien abhängen. Nur durch gemeinsamen Einsatz kann Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für RAFA und seine Bewohner entstehen. Author Anita Fahk im Mittwoch 29.